Der Vater wurde, wie gesagt, zum Volkssturm 45 eingezogen noch. Und da hat er der Mutter als letzten Satz sinngemäß oder vielleicht auch wörtlich gesagt, wenn du irgendwie kannst, dann bleib zu Hause, da hast du ein Dach über dem Kopf und hast ein Stückchen Feld, da gibt es Kartoffeln und Salz und Butter und wir hatten ja auch Vieh im Stall, also wirst du nicht verhungern. Weil der Vater eben den Ersten Weltkrieg schon mitgemacht hat, dann wusste er, was heißt, wenn man hungern muss. Und das war das Schlimmste, was er befürchtet hatte. Der Vater war also dem Regime Hitler gegenüber sehr skeptisch und also nicht dafür. Insofern hat er schon das graue Ende kommen sehen und deshalb hat er also angeraten. Vor allem, ich muss sagen, die jüngste Schwester, Hanne, die war ja Jahrgang Juni 1944. Also die war noch kein ganzes Jahr alt, als die Front kam und deshalb sind wir also dort geblieben. Wir mussten allerdings, die Polen sind ja, die Russen, muss ich korrigieren, Die Russen sind ja über die Oder trotz gesprengter Brücke rübergekommen, weil damals so kalt war im Januar, das war dann die 30 Grad Frost und die Oder war zugefroren, sodass die Russen mit den Panzern selbst über die zugefrorene Oder ohne Brücke rüberkamen. Allerdings bei dem ersten Angriff über die Oder vom Osten her sind sie damals nur ein paar Kilometer durch, Schreblau noch durch und dann sind sie wieder zurückgeschlagen worden für ein paar Wochen. Und jetzt die Frage der Erinnerung, an was ich mich da erinnern kann. Also ich kann mich nur erinnern, dass bei uns, wir lebten an der sogenannten Chaussee, an der Straße statt das Haus. Und wenn man da aus dem Fenster rausgeschaut hat, als dann die Hosen wieder zurückgedrängt worden waren, dann lagen an der Straße am Rand die erfrorenen, erschossenen Volkssturmleute, die Männer, wie Holzscheite. Und an dieses Bild kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt die Geschichte erzählen soll, aber in unserem Dorf waren auch ein Lager von polnischen Zwangsarbeitern. Und diese polnischen Zwangsarbeiter wurden ja beaufsichtigt, zu der Zeit, solange es noch Deutsch dort war, von deutschen Wachposten. Und als jetzt die Russen kamen, dann sind die deutschen Wachposten davon. Und einer von denen, der Herr Paul Vihari, den meine Eltern öfters noch zu Hitlerzeiten eben eingeladen hatten und den sie eingekleidet haben, dem sie sogar erlaubt haben, seine Frau zu uns ins Haus zu holen, an einem Wochenende, Wochenende war es ja damals noch nie, aber so zu einem Feiertag. Der hat, nachdem er auf der Straße stand, unser Vater war ja eingezogen zu den Soldaten, also Volkssturm, dann hat dieser Herr Paul Vihari, ist zu uns gekommen, zu unserer Familie, und hat unsere Familie vor den Russen und vor den Polen als seine Familie ausgegeben. Und als die Russen durch den Ort gezogen sind, daran erinnere ich mich schon noch, wir waren ja im Keller auf den Kartoffeln, da waren ja auch viele andere Flüchtige mit dabei, dann ist er heraufgegangen und wollte sehen, wie es geht und hat Feuer angemacht, damit er für die kleine Hanne, also was warm gemacht werden konnte. Und das haben die vorbeiziehenden Russen bemerkt. Und da hat es geknallt und die Fenster hatten ja früher so Kreuze. Und genau durch das Kreuz kam der eine, ein Schuss, der ist knapp an dem Gesicht von dem Herrn Vihari vorbei. Und an dieses, kann ich mich noch erinnern, an dieses Loch in dem Fenster, das war lange, lange Jahre noch zu sehen. Als dann also auch Russen versucht haben, unsere Mutter zu vergewaltigen, und da hat sich der Herr Vihari auch vor sie gestellt gehabt, ja, und hat sie, wo dann die Polen auch gefragt haben, warum spricht die Frau nicht polnisch, wenn sie ihre Frau ist als Pole. Ja, dann hat er gesagt, ja, sie hat so einen Nervenschock durch die Front erlebt, erlitten, dass sie also praktisch nicht sprechen kann jetzt so, ja. Haben Sie das denn damals auch richtig miterlebt als Kind, weil Sie haben gesagt, Ihre Schwester, die hat sich versteckt vor den Russen, Ihre Mutter wäre beinahe vergewaltigt worden. Haben Sie das als Kind überhaupt schon begriffen, was da passiert war, warum Sie so Angst hatten? Nein, das habe ich nicht damals so mitbekommen. Das weiß ich natürlich aus Erzählungen auch von meinen älteren Geschwistern auch, ja. Auch die Tatsache, dass zum Beispiel die Frau von Herrn Vihari ins Haus gekommen ist, das habe ich als Kind nicht mitbekommen, aber das weiß ich aus den Erzählungen meiner älteren Geschwistern. Okay. Okay. Vielen Dank.